Hallihallo Lüchern und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Attack of the Bee Team. Jo, ich habe hier ja schon wieder ein paar Sachen gemacht, das letzte Mal. Und wir brauchen auch wieder hier unten Papier. Müll. Äh, so. Dass ich nur die Dinger hier durch auf... und nichts anderes. So, ist wieder irgendwas ins Wasser gefallen. Das macht's ja gerne mal. So, und hier können wir auch mal ernten, aber leider nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Naja. Hm, schauen wir mal. Ich sollte aber damit die Kühe... äh, die Kühe, genau. Die, ähm, Hühnchen wenigstens ein bisschen vermehren können. Schauen wir doch einfach mal. Hohn, 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 Hohn. Seid ihr vermehrt genug. Gut. So, macht alle miteinander Liebe. Hopp. Freut euch. Äh, so. Schaut's denn jetzt hier aus? Ist da alles durchgeschmolzen? Ja. Manulin, dann würde ich... Hm, hilft mir das irgendwas, wenn der Axtkopf aus Manulin ist? Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich baue das Ding jetzt einfach mal so, wie ich es mir denke. Ähm, Manulin. Äh, nicht rumbacken, bitte. Hm. So, der Axtkopf. Dann brauche ich hier eine große Platte. So, den hier können wir auch aus Eisen machen. Und bei dem hier weiß ich gar nicht, ob das aus Papier geht. Ah, doch, geht. Das ist gut. Das ist schön. Das passt. So, dann bauen wir doch das ganze Ding mal zusammen. Iron Tough Rod und Paper Binding. Mining Level Manulin. Okay. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Dann bräuchten wir jetzt hier nur noch ein paar Modifier. Habe ich noch Ball of Monster. Nein, ich glaube nicht. Aber, aber... Ich glaube, man kann sich die hier auch selber bauen. Ich brauche hier irgendwann mal in der Nähe ein bisschen Wasser. Hm. Natürlich. Äh, so. Dann machen wir das Ganze so. Ich weiß gar nicht, ob das hier mit einem Vierer geht. Und... Oder nicht. Ah, funktioniert. Wunderbar. So, dann brauche ich jetzt das hier. Und Cobblestone außenrum, wenn es so funktioniert. Ja, es funktioniert. Mossstone. Dann brauche ich noch ein bisschen Cobblestone. Ähm, ja. Also egal welchen. Äh, natürlich sollte ich auch das Wasser wieder auffüllen. So, Wasser in die Mitte. Ah, geh in die Mitte. Ich habe doch gesagt, in die Mitte. Mann. So, 16 Mossy Cobblestone. Und ein Ball of Moss. Da ich irgendwie die Vermutung habe, dass das Ding nicht so lange halten wird. Ohne dieses Auto Repair. So, ähm, was könnte man denn noch hier an Modifyern draufsetzen? Hm, weiß ich gar nicht. So, probieren wir doch hier mal unsere wunderschöne Lumber Eggs aus. Toll. Ähm, ja, ich weiß nicht. Eigentlich will ich da gar nichts weiter drauf. Wieso habe ich dann das Ding aus Papier gemacht? Keine Ahnung. Fragt mich sowas nicht. Mann. Äh, jo. Wir haben so viele XP mittlerweile. Aber ich wüsste nicht, was ich da verzaubern sollte. Außer halt die Rüstung. Hm. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Äh, so. Das heißt, wir haben ja jetzt hier ein bisschen... Äh, mit der Axt keine Schwierigkeiten mehr, uns Holz zu holen. Und deswegen will ich auch hier mal hier hinten hin, um... Ah, Hilfe. Um mir richtig viel Holz zu holen. Und dann vielleicht was Schönes draus bauen. Jo. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir da hinten ankommen. Irgendwann. Und ich sollte hier auch mal Platz machen für das ganze Zeug. Äh, wieso habe ich das Ganze eigentlich jetzt mitgenommen? Äh, ist egal. Ähm, Essen sollte ich vielleicht auch unten drinnen haben in der Leiste. Jo. Und auf geht's. Auf geht's. Immer der Sonne entgegen. So, ihr wisst glaube ich, in welchem Biom ich die... Äh, ich das Holz haben will. Und es wäre auch mal interessant zu wissen, ob die großen Bäume dann auch irgendwas, ähm, droppen. Irgendwelche speziellen Setzlinge. Weil die Bäume dann bei mir, äh, vor der Haustür zu haben, das wäre schön. Ja, das wäre, das wäre sehr schön. Jo. Oh, jetzt müssen wir nur noch irgendwann ankommen. Dauert nur noch ein paar Jährchen. Wenigstens können wir fliegen. Wieso fliegst du noch langsamer, wenn du isst? Macht doch keinen Sinn. Mann. Oh, da ist noch ein bisschen unerkundet. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann fliegen wir doch mal hier drüber. Und natürlich ist da nichts. Glückwunsch. So, äh, da unten ist ja das kleine Dörfchen, in der Nähe davon war. Glaube ich auch dieser Wald. Ja, da hinten, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon. Aber weiter geht's natürlich auch. Oder was heißt natürlich? Weiter geht's auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.